Okay. Bisschen LKW fahren. Machen wir gerne. So. Lass ihn langsam machen, dass wir hier nicht so auffallen, wenn wir jetzt hier noch so durchrasen. So. Fahren sehr ordentlich. Ich sehe aber gerade keine Geschwindigkeitsbegrenzung, also... Oh. Keine Aufmerksamkeit erregen. So viel dazu. Warum steht denn da ein Auto mitten auf der Gasse? So. Ja, hier muss ich erst rumkommen. So. Ist das gut so? Nervöser Floyd. Okay. Haben wir das. Was kommt als nächstes? Als nächstes müssen wir dann eigentlich nur noch alles vorbereiten. Und dann... Fährt einer mit dem Boot zu dem Schiff. Und der andere bereitet... ...große Sprengung vor. Und dann werden wir mal sehen, was da für uns abfällt. So. Ich will jetzt hier im Moment... ...da oben noch den Klee. Bietet es ansonsten hier nur noch den Nigel übrig. Was sind das für ein Gehupe hier? Oh. Hey Leute, wir müssen uns unterhalten. Treffpunkt ist das Grundstück in Elboro Heights. Kommt rechtzeitig. Was will der denn jetzt? Na, dann gucken wir halt mal, was der will. Dann machen wir das mit Nigel später. Dass wir hier mal auch ein bisschen Hauptmissionenstechnisch weiterkommen. Und nicht nur Nebenmissionen machen. Ist ja auch mal wichtig. Oh, jetzt ruft mich auch noch der Wade an. Ja, was denn? Wade! So, es sieht aus, wie wir alles bereit sind. Floyd, ich glaube nicht, es ist eine gute Idee, uns zu treffen, in der Kondo. Also, vielleicht sollten wir... Tell Floyd, es ist eine gute Idee, uns zu treffen, in der Kondo. Es ist eine gute Idee. Und erzähl ihm, wir brauchen Chips und Dippen und Prostituten. Hm. Okay. Und so verschiebt sich das eine und das andere nach und nach. Dann... ...werden wir jetzt natürlich erstmal ins Hauptquartier düsen. ...und dann unsere Mission weitermachen, bevor wir hier mit diesem blöden FBI-Horn-Obsen-Fuzzi-Deppen da... ...und Natchel... ...hat ja auch noch Zeit. Mach nicht einfach die Schranke von meiner Nase runter. Alles gut. Ich fahre immer so. Upsa. Ihr seid so langsam. Ui, Slalom, baby. Ups, Slalom verkackt. Scheiße, wir fangen hier gerade lang. Warum trödeln die hier so? Mein Gott. Ist hier doch ein Highway, oder? Kann man aber ein bisschen schneller fahren. Ich weiß nicht, was sie diese Autos kaufen, wenn sie die nie auslasten. Können sie auch mit der Vespa fahren. Bleib locker. Alles gut. Gude. Wie geht's euch so? Das ist klar bei euch. Guckt mich nicht an. Akzeptiert einfach, dass ich hier durch muss. Ach, da steht auch mein Auto. Angeblich. Ja, da steht's auch. Ist ja cool. Okay. Na, na, tschau mal mal. Asset's hier geht's. Pentsuhauser. Hey. You guys, I'm expecting company, alright? Want this place clean? Wade, you tidy. Floyd, massage. No, no, I really don't. Do you want me to get my dick out again? No, no, no. Does anyone want that? No, no. You're right, you're right. Hey, bro. What's up? Oh, hey, bro. You're late. Nine years fucking late. You're so late, in fact, you have no right to call me. Bro. Is that clear? Ah, shut the fuck up. You're like a broken fucking record. Oh, yeah? Well, you're like a shit. Exactly like a shit. Where's the assistant? On his way. The kid idolized his... Creeps. Yo. Yo, Frankie. We were just talking about you. Ah, nattering. You know how it is. Yeah, whatever, man. So what are we doing here? We're working, amigo. Taking a score. Yeah. Yeah. Most of the planning and, uh, I think we're gonna literally make out like bandits on this. Did you talk to Lester? Yeah. Yeah, I called him. Apparently he's in the hospital having his vagina cleaned or some shit. He had a wasting disease. 20% saved. Nah, that's not how we work. Well, you'll forgive me. But that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way. Because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at. You got buried. Resurrected. Turned into a twat. And Brad ended up in a fucking prison. Yeah. And Lester told us not to do that job. We did it anyway. And Lester sings pretty good, man. But you shut the fuck up, all right? And you, Michael, owe me. All right? So this time, we do things my way. Yeah. And what about after this? After this, we think about things. So what's the plane? Easy. We are sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Now, Daddy's a little helper, you're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. Yeah. You're boarding the freighter and planting charges. Me? I'm running the deep water salvage operation with a little help from my friends. Okay, it's good. Let's go. Ich habe gehört, das ginge jetzt los, ja? Okay, jetzt haben wir ein Ziel. So war. Und weiter. Und weiter. was die so erzählen. Das könnte ja wichtig sein, aber das sind alles hier wieder nur Small Talk. Hey, zieh mal nicht so rüber. Ich fahr hier. Was macht ihr denn? Hör auf mit dem Mittelfinger zu zeigen. Fahr halt einfach, dann passiert sowas nicht. Mann, 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 die können alle nicht fahren. So, wir sind auf der Brücke. Hier hatten wir eine schöne Sicht auf irgendwas. Hier werden wir mal den Frankländer beladen. Okay. That's good. Okay, wir haben das Schiff schön im Blick. Hey, dawg, I'm in position. Let me know when you're ready. Hmm, die Sonne geht unter. Winkler steht da die ganze Zeit und wartet. Okay. Ich kann nicht näher ran. Ops. 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 Es war also ein bisschen scherp, aber ich war davon irritiert, dass er schon gezielt hat. Ich mach das immer ganz gerne selbst. Dann weiß ich, was ich tue. 1. 1. 2. 1. 1. Wo sind jetzt hier die Leute? Da ist einer. Ich will erst wissen, wo der andere ist. Wo ist denn Michael jetzt hin? Da. Fuck. Okay, habe ich. Der andere steht hier vorne. So. Ich glaube, der hat überlebt. Kann das sein? Nee. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Da drüben. Ja. Okay. Okay. Der dritte Bonbon. Der zweite hat er schon selber gelegt. Okay. Okay. Da vorne ist noch einer. Okay. Okay. Der dritte. Der dritte. Der dritte. Der dritte. Der dritte. Zack, weg. Hier muss noch mehr sein irgendwo. Da wackelt das rum. Gar nicht. Geht er wieder hoch? Seid ihr wahnsinnig? Was macht ihr denn? Treffen nicht. Wo sind die denn alle? Es ist so dunkel. Jetzt mal gucken, wo du bist. Ich weiß nicht, was ihr tut. Wo bist du denn, Michael? Okay, das bist du. So, da war noch einer. So, wo sind die anderen? Und dann mal die Schnauze halten, da ist jemand. Jawohl. Der geht mir ein bisschen auf den Sack, der Michael. Zack. Und den letzten sehe ich nicht. Ich muss jetzt mal auf Michael wechseln, dass er mal die Schnauze hält hier. Geht er jetzt auf der Rückseite. Okay. Geht er jetzt auf der Rückseite. Rechnet er nicht. Ja. Ja. Dein Ernst, du kannst doch nicht hoch. Shit. Dann komme ich ihn nicht durch, wenn er da nicht hoch kann. Schade eigentlich. Ich weiß nicht, wo er sich versteckt. Das ist ein Zauberger. Na, wo bist du? Da. Okay. Hab ich ihn erwischt. Okay, das war nicht der O.N. haben wollte, dann muss ich nach oben. So.